Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, auf zum Außenposten Borgowog, schnell, anzunehmen bei Sauranok, der Mystiker, in der bovianischen Tundra, an dieser Position, also in der Quickshymnen-Feste. Ich nehme die Quest auf während des Vetsches 9.2.5, also in der Shadowlands, mit einem Charakter der Stufe 60 ist und fliegen kann. Das Ganze ist aber von euch nur von Vorteil, denn dadurch bin ich flott unterwegs im Video und ihr habt nicht zu viel anzuschauen, bzw. ich komme schnell zum Ziel. Und ganz wichtiger Vorteil, ich kann in derselben Zeit, wo ich sonst rumlaufen würde, wesentlich mehr Quests aufnehmen. Also ihr seht, alles nur für euch. Ich bin jetzt unterwegs zum Außenposten Borgowog und wie versprochen, halte ich mich am Boden. Ich fliege einfach mal hier entlang. Und dann folge ich einfach diesem Pfad. Aber fliegend bin ich wesentlich schneller als am Boden. Dann biege ich links ab. Und folge weiter auf diesem Weg, oder? Ja, das sieht gut aus. Hier biege ich nochmal links ab, weil hier geht es zum Außenposten Borgowog. Hier steht es. Und schon bin ich da. Quest ist abzugeben, bei Geisterflüsterin Fletchfang, in der Burianischen Tundra, an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.